Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein neues Ranking-Video und ich möchte heute meine Paletten von den Marken Jeffree Star, Huda Beauty und Urban Decay ranken. Ich werde das wieder pro Brand einzeln machen. Ich habe mir einfach so ein paar Marken mal noch rausgesucht, von denen ich nicht genug Paletten habe, um ein extra Video zur Marke zu machen, aber die ich eben trotzdem einteilen möchte, weil es zum einen für mich eine gute Art ist, nochmal durch meine Paletten durchzugehen und zu gucken, was möchte ich wirklich behalten und was nicht. Und für euch ist es eine schöne Art, weil ihr eben so kleine Kollektionsausschnitte von meiner Make-up-Kollektion seht. Genau, die Videos kommen bei euch sehr gut an und deshalb macht es mir natürlich auch Spaß, wenn ihr Spaß habt dabei. War das jetzt komisch? Ein bisschen. Ich würde sagen, ich starte einfach mal und fange mit Jeffree Star an. Da habe ich sechs Paletten und der sechste Platz, also ich fange wieder beim letzten Platz sozusagen an und arbeite mich zum ersten Platz vor. Ja, der sechste Platz geht an die Conspiracy-Palette mit Shane Dawson. Zum einen mag ich das Packaging von Jeffree Star nicht, weil das so dick ist. Ich finde es sehr, sehr schwierig in der Make-up-Sammlung eben unterzubringen und ja, es gefällt mir halt einfach auch nicht so, aber okay. Und das ist die Palette. Warum ist sie auf Platz sechs gelandet? Weil sie mir einfach ein bisschen zu durcheinander mit den Farben ist. Ihr habt hier alles Mögliche drin. Ihr habt Neutrals, dann habt ihr ein Grün, ihr habt ein Rosa, ihr habt ein Neongelb, ihr habt ein knalliges Pink, ihr habt ein Orange, ein Korall, ein Mint, ein Silber. Also ihr habt hier einfach alles Mögliche drinnen. Ich finde, das ist eine schöne Palette, vor allem, weil es halt ein paar Shades gibt, die mich extrem ansprechen. Es gibt aber halt auch Shades wie jetzt zum Beispiel die drei hier, die mich gar nicht ansprechen. Es gibt einfach von Jeffree Star Paletten, die ich besser finde vom Farbschema her. Ich bin ja ein sehr monochromatischer Liebhaber. Ich mag es, wenn Paletten wirklich in einem Farbspektrum sind. Und das ist mit der halt nicht so, weshalb die auf Platz sechs gelandet ist. Die Qualität war vollkommen in Ordnung. War die bekannte Jeffree Star Qualität. Ich lasse es jetzt mal außen vor, was Jeffree Star für eine Person ist, genauso wie was Shane Dawson für eine Person ist. Weil hier haben wir ja zwei sehr kontroverse Personen in einer Palette sozusagen. Ich bewerte wirklich nur die Marke Jeffree Star Cosmetics und er will da die Person außen vor lassen. Das sage ich immer in den Videos, in denen ich Jeffree Star Produkte teste. Und eben hier auch nochmal als kleiner Disclaimer. Genau. Wir gehen weiter zu Platz fünf. Ich denke, hier könnt ihr euch auch ganz gut vorstellen, falls ihr meine Sammlung kennt, welche Palette auf Platz fünf gelandet ist. Und zwar ist das die Blue Blood Palette. Einfach, weil ich kein riesiger Blauliebhaber bin, muss ich ehrlich sagen. Bei der Palette bin ich auch schon am überlegen, ob ich sie aussortieren möchte, weil es blaue Paletten in meiner Sammlung gibt, die ich einfach einen Ticken lieber mag und zu denen ich mehr tendiere von den Blautönen her. Wenn ich mal Blau trage, ist es entweder so ein Pastellblau oder halt irgendwie ein Blau, was in so einen anderen Unterton geht. Und das sind nicht meine Blautöne in der Palette. Ja, weshalb ich die wahrscheinlich aussortieren werde. Ich fand sie, wie gesagt, auch von der Qualität wieder gut, aber Blau ist halt einfach nicht meins. Und auch hier wieder dieses fette Packaging. Gefällt mir halt auch nicht so gut. Platz vier geht dann an die Orgy Palette. Also hier muss ich sagen, das Design gefällt mir ja besser, weil es so eine flache Palette ist, aber das Bild vorne gefällt mir nicht so gut drauf. Egal. Und das ist die Palette. Sie ist auf Platz vier gelandet, weil ich sie doch relativ langweilig finde, so im Vergleich zu den anderen Jeffree Star Paletten. Das ist eine All-Matt-Palette, was eh nicht ganz so mein Lieblingsding ist, muss ich ehrlich sagen. Und dann haben wir hier halt sechs Shades of Creme, so ungefähr. Klar, mit unterschiedlichen Untertönen, aber da hätte einer gereicht. Also man hätte die Palette ein bisschen komprimieren können, muss ich ehrlich sagen. Ich mag Neutrals, aber hier bin ich schon wieder überwältigt an Neutrals. Mir ist das zu viel. Matt Neutral, muss ich ehrlich sagen. Weshalb auch das eine Palette sein wird, die ich wahrscheinlich aussortieren werde, weil ich einfach nicht zu ihr greife. Wenn ich wirklich eine matte Neutral Palette will, dann greife ich zu anderen Marken, muss ich ehrlich sagen. Ja, Qualität war okay, aber es sind mir einfach zu viele Repeating Shades hier drinnen. Da es nur sechs Paletten sind von Jeffree Star, sind wir jetzt schon auf dem Treppchen sozusagen. Platz drei ist die Pink Religion Palette. Ist auch ein bisschen bulky, aber doch besser als die Blue Blood und die Conspiracy. Ist halt wie so ein Buch aufgemacht, soll eine Bibel sozusagen darstellen. Und das ist sie von innen. Ist halt ein, ich zeige es euch mal so, ein komplettes pinknes Farbschema. Bei der Palette ist auch besonders, dass wir nur drei Shimmershades drin haben und der Rest sind alles matte Töne. Ich fand die Qualität gut. Hätte mir nur ein paar mehr Schimmertöne gewünscht, muss ich ehrlich sagen. Ich mag das gern, wenn es so 50-50 oder 60-40 ist. Das heißt 60 matt, 40 Prozent sozusagen Schimmer. Und hier haben wir das halt nicht. Hier sind halt sehr, sehr viele matte Töne drin und dafür sehr wenig Schimmertöne. Da hätte ich mir einfach das Spektrum ein bisschen anders gewünscht. Ich finde aber das Farbschema her sehr, sehr schön. Platz zwei. Die Blood Sugar Palette. Das ist ja wirklich so die erste Palette, mit der Jeffree Star so voll durch die Decke nochmal geschossen ist. So sieht sie aus. Und so ist sie von innen. Ich finde sie sehr schön. Habe sie bis jetzt noch nicht so häufig benutzt, weil es einfach ein paar andere Paletten gibt von anderen Brands, die ich auch lieber mag. Trotzdem finde ich sie sehr, sehr schön, weil ihr eben Neutrals habt. Ihr habt auch einen Pink und einen Lila und so richtig schöne, ja ein Orangetön so ein bisschen und so richtig schöne Burgundertöne, würde ich sagen. Also auch hier tolle Qualität und ein sehr, sehr schönes Farbschema. Ich bin nur niemand, der häufig zu Rot greift, weshalb ich die hier halt noch nicht so oft benutzt habe. Ich bewahre die immer gern in dem Schuber nochmal auf, aber ja. Und Platz eins, die Blood Money Palette. Hier muss ich sagen, gefällt mir das Packaging sehr, sehr gut. Ich finde das irgendwie, ja, voll schön. Und so sieht sie von innen aus. Und wer mich kennt, weiß natürlich, dass das mein Farbschema ist. Ich liebe grünen Lidschatten und ja, die Palette mag ich sehr gern. War auch eine super Qualität, muss ich ehrlich sagen. Ich greife sehr gerne zu dieser grünen Palette. Und die ist auf jeden Fall der verdiente Platz eins bei Jeffree Star. Weiter geht es dann mit Urban Decay. Da habe ich acht Paletten und auf Platz acht ist einmal die Heavy Metals Palette, heißt sie, glaube ich. Das ist die, die ihr so raus slidet und die eben aus Schimmern nur besteht. Ich versuche jetzt irgendwie so, so blende ich euch nicht. Ich habe sie, glaube ich, ein oder zweimal bis jetzt nur benutzt. Und ja, ich bin halt kein Liebhaber von so All Shimmer Paletten, um ehrlich zu sein. Ich finde sie trotzdem schön. Ich würde sie trotzdem nicht aus meiner Sammlung geben, weil es ist halt einfach auch eine schöne Qualität. Ich kann euch da gerne mal, ihr seht, das ist halt, es ist eine schöne Qualität. Sind das jetzt die besten Shimmer Shades, die ich je getestet habe? Nein, natürlich nicht. Aber ich habe gerne auch mal so eine Palette, in der ich wirklich von jeder Farbe so einen Schimmer drin habe, falls ich einen neutralen Look schminken möchte. Ja, ich finde auch das Packaging irgendwie witzig, weil es halt mal was ganz anderes ist. Aber es ist natürlich nicht die beste Urban Decay Qualität, wenn man mal ehrlich ist. Dann auf Platz sieben ist die Naked Heat. Ich liebe die Naked Paletten von Urban Decay. Ich finde auch das Packaging immer wunderschön, muss ich ehrlich sagen. Die Naked Heat ist auf dem Platz gelandet, weil ich nicht der größte Fan von so warmen Lidschatten bin. Ihr wisst das, falls ihr mir schon länger folgt, dass ich eher kühlere Töne mag, als jetzt so warme Töne. Trotzdem finde ich, ist es eine tolle Palette. Wenn ich einen Look damit geschminkt habe, war ich auch immer begeistert, weil die Qualität wirklich schön ist. Ja, ich greife jetzt nicht so häufig dazu. Ich würde sie jetzt trotzdem nicht aus meiner Sammlung gehen lassen, einfach weil ich finde, dass es eine schöne Palette ist. Platz sechs geht dann an die Wild West Palette. Auch hier wieder wunderschönes Packaging und das ist das Farbschema. Ich weiß nicht, irgendwie werde ich mit dieser Palette nicht warm. Ich kann euch nicht sagen, warum. Als ich sie getestet habe, fand ich sie toll, aber seitdem habe ich sie nicht mehr benutzt. Ich werde einfach nicht warm mit ihr. Es gibt hier ein paar Shades, die ich wunderschön finde, wie den hier zum Beispiel und den hier. Aber irgendwie greife ich einfach nicht zu dieser Palette. Ich habe jetzt innerlich keinen Drang, dass ich sie unbedingt benutzen möchte, weshalb wahrscheinlich die auch rausfliegen wird. Es ist schade, weil ich gerade den Shade wirklich wunderschön finde, aber den habe ich bestimmt auch noch in einer anderen Palette. Ich greife einfach nicht zu ihr. Ich greife einfach nicht zu ihr. Sie ist mehr mein Farbschema als jetzt die Naked Heat, muss ich ehrlich sagen. Aber irgendwie habe ich dann doch eher Bock, die Naked Heat zu benutzen als jetzt die hier. Also Qualität war schön, aber ich greife einfach nicht zu ihr. Okay, Platz 5, die Naked Honey. Muss ich was zum Packaging sagen? Ich glaube nicht. Und das Farbschema sieht so aus. Auch eine wunderschöne Palette. Ich finde das Farbschema sehr, sehr schön, weil es einfach mal ein bisschen was anderes auch ist. Ich kann euch auch hier gerne mal nochmal Shades zeigen. Ich meine, hallo. Guckt euch das bitte an. Ich swatch sie euch natürlich noch. Ja. Bombastisch. Wirklich eine wunderschöne Qualität. Ich finde das Farbschema her ganz toll, muss ich ehrlich sagen. Und ja, ich freue mich, dass ich sie in meiner Sammlung habe. Ich benutze sie, sorry, ich muss jetzt mir gerade die Hand nebenbei sauber machen. Hätte ich auch danach machen können, aber es stört mich immer, wenn ich Swatches auf der Hand habe. Ich benutze sie viel zu selten, muss ich ehrlich sagen. Sollte ich unbedingt mal öfters machen, weil es wirklich eine tolle Palette ist. Und Platz 4 ist die Moondust Palette. Die gibt es, meine ich, so gar nicht mehr. Die habe ich von meinem Mann mal zu Ostern bekommen. Weshalb auch hier ein emotionaler Wert natürlich mit dran liegt. Und ja, ihr hört die Autos, sorry. Ich finde, das ist eine ganz tolle Palette. Ich glaube, die Moondust Shadows bekommt ihr einzeln noch, aber die Palette eben nicht mehr. Auch hier zeige ich euch gerne mal Swatches, weil das wirklich eine ganz spezielle Formula ist, finde ich. Ja, guckt euch mal an, wie das glitzert. Ich liebe die Palette, auch die benutze ich viel zu selten, weil ich einfach eher zu Paletten greife, in denen ein ganzer Look drinnen ist. Ich muss mir die aber unbedingt auf meinen Schminktisch legen, damit ich sie benutze, weil... Hallo? Wie wunderschön ist das denn bitte? Platz 3 geht dann an die Naked 3 Palette. Ich finde die Palette wunderschön. Ich habe mir die nicht gekauft, als sie rausgekommen ist, sondern um einiges später. Ja, ist halt genau mein Farbschema. Neutral, rosy tones und ja, wunderschön. Was soll ich dazu sagen? Wunderschön. Aber es gibt halt noch zwei Paletten, die ich einen Ticken lieber mag. Ich bin froh, dass ich sie in meiner Sammlung habe und das ist halt auch ein Klassiker, sind wir mal ehrlich. Platz 2. Auch hier, was ist das bitte für ein wunderschönes Packaging? Die Naked Cherry Palette. Ja, das bin halt ich, ne? Das bin halt ich. Ich liebe das Farbschema, ich liebe die Qualität. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Palette sehe. Allein schon, wenn ich sie zu sehe, weil das Packaging mich halt total anspricht. Aber natürlich auch, wenn ich sie öffne, weil das halt genau meine Farben sind. Wirklich eine ganz, ganz tolle Palette. Ich weiß nicht, ob ihr die Paletten alle noch bekommen könnt. Urban Decay gibt es ja nicht mehr als Extra-Online-Shop in Deutschland, sondern nur noch über Douglas oder Placoni oder was weiß ich, wo ihr es noch kriegt. Aber es gibt halt nicht mehr den Urban Decay Online-Shop. Deshalb müsst ihr da halt mal auf den Partnerseiten gucken, ob ihr die Paletten da vielleicht noch bekommt, wenn ihr sie haben möchtet. Und der Platz 1, ich bin gespannt, ob ihr es erraten könnt. Schreibt es mir jetzt mal gerne in die Kommentare. Ich lasse euch kurz Zeit. Ich sage nur so viel, es hängt was sehr, sehr Emotionales an dieser Palette. Ich weiß, dass es die nicht mehr gibt. Die wurde ausgemustert. Ich liebe sie aber über alles und könnte sie auch nie aussortieren. Ja, es ist die Naked-Palette. Die Original-Naked-Palette. Mein Herz hängt so an dieser Palette, weil ich damit für meine Hochzeit geschminkt wurde. Das heißt, jedes Mal, wenn ich die Palette sehe, denke ich an meine Hochzeit und freue mich einfach und bin sehr, sehr glücklich. Ich finde auch das Farbschema wunderschön. Also das ist halt genau meins. Ich könnte sie, wie gesagt, nie aussortieren. Auch wenn sie nicht mehr gut wäre, würde ich sie einfach als Erinnerung behalten. Ja, ich liebe die Naked-Palette. Ich weiß, ihr könnt sie leider nicht mehr bekommen. Vielleicht kriegt ihr sie irgendwo noch auf Vinted oder Ebay Kleinanzeigen, falls ihr sie noch haben möchtet. Aber ich bin froh, dass ich sie habe. Und das ist wirklich ein verdienter Platz 1, einfach weil sie auch mein Herz höher schlagen lässt. Als letzte Marke für dieses Video ranke ich noch die Paletten von Huda Beauty. Da habe ich 10 Stück. Platz 10 geht an die Coral Obsessions. Ich glaube, die habe ich ein einziges Mal benutzt. Keine Ahnung. Irgendwie treibt es mich nicht dazu, sie zu benutzen. Ich finde, es ist ein schönes Farbschema. Aber es ist sehr, sehr warm und sehr, sehr knallig. Und ich neige nicht dazu, so warme, knallige Töne zu benutzen, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, dass die Qualität gut war. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Ich fand sie, ja doch, ich glaube, ich fand sie gut. Aber es ist halt einfach nicht ganz mein Farbschema. Deshalb ist sie auf dem letzten Platz gelandet. Der vorletzte Platz, Platz 9, geht an die Neon Palette. Das gleiche, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Es sind sehr warme, sehr knallige Töne. Trotzdem gefällt mir die hier einen Ticken besser, weil ich sie einfach aufregender finde. Ich greife echt kaum dazu. Ich meine, ich habe sie in einem Shop My Stash Video benutzt. Ich fand die Qualität auch sehr, sehr gut. Es wäre auch eine Palette, die ich jetzt nicht aussortieren würde, weil vielleicht braucht man irgendwann mal nochmal so Neon Shades. Trotzdem ist es jetzt keine Palette, wenn ich am Schminktisch sitze und mir denke, ich schminke mich jetzt fürs Geschäft, dass ich zu der Neon Palette greife. Ja, ist halt keine so eine Alltagspalette für mich, muss ich ehrlich sagen. Platz 8 geht dann an die Desert Dusk Palette mit einer der ältesten Paletten von Huda Beauty. Die sieht so von innen aus. Ich habe mir schon öfters mal überlegt, ob ich sie aussortieren soll, weil ich sie einfach nicht wirklich benutze. Trotzdem gibt es so ein paar Shades, die mich davon abhalten, sie auszusortieren. Und das sind der hier, der hier und halt so die lila Töne. Irgendwie kann ich sie nicht aussortieren. Ich kann sie einfach nicht aussortieren. Ich weiß nicht warum, aber ich kann sie nicht aussortieren. Ich muss sie wirklich öfters mal benutzen, weil ich mich bei der Palette nicht mehr wirklich an die Qualität erinnern kann. Trotzdem ist es ein sehr, sehr schönes Farbschema. Ich liebe ja so lila Töne. Ja, aber ich benutze sie einfach zu wenig, um ehrlich zu sein. Viel zu wenig. Dann Platz 7 müsste das jetzt sein. Geht an die älteste Huda Beauty Palette, und zwar die Rose Gold Palette. Das ist auch noch die originale Rose Gold, nicht die Remastered. Ich weiß, dass viele mit den Shades hier oben Probleme hatten, aber die hatte ich zum Beispiel gar nicht. Ich fand die Qualität gut. Also, ich kann mich darüber nicht beklagen, muss ich ehrlich sagen. Für mich haben die sehr, sehr gut funktioniert. Ich finde, das ist eine tolle Qualität. Ich weiß, dass viele sie nicht mochten, weshalb sie ja auch reformulated wurde. Die habe ich mir damals nicht gekauft, weil das waren die gleichen Farben, nur halt die Schimmer anders gemacht. Ich finde es eine tolle Palette, ist ja genau mein Farbschema. Ich muss ihn halt nur auch häufiger benutzen. Trotzdem bin ich sehr froh, dass ich sie in der Sammlung habe, weil das ist halt... Für mich ist es so ein Staple und ein Produkt, was ganz am Anfang meiner Make-Up-Sammlung auch eingezogen ist, weshalb es auch so ein bisschen emotional auch ist mit dieser Palette. Und Platz 6, kann schon nicht mehr zählen, ist die Emerald Obsessions. Ich liebe ja Grüntöne und das war die erste grüne Palette, die ich mir gekauft habe, weil als die rauskam, war das noch so grüner Lidschatten. Oh mein Gott, also da gab es noch nicht 500 grüne Lidschattenpaletten so in etwa. Und ja, ist eine schöne Palette. Ich finde sie sehr spannend auch irgendwie, weil ihr so unterschiedliche Grünarten drin habt. Ihr habt so schlammige, dann habt ihr ein knalliges Mint und die mittleren Grüntöne. Also es ist eine sehr, sehr schöne Palette. Auch die Qualität mochte ich sehr gerne. Es gibt natürlich andere grüne Paletten, die ich einen Ticken lieber mag. Trotzdem finde ich die sehr, sehr gut und bin froh, dass ich sie in meiner Sammlung habe. Platz 5 geht an die Pestel Rose Palette. Auch die habe ich in einem Shop My Stash Video benutzt. Ich mochte den Look sehr, sehr gerne. Erinnert mich so ein bisschen an den jetzt, weil es sehr pastell ist. Ja, eine ganz tolle Palette. Man muss halt wissen, dass Pastelltöne nicht extrem gut pigmentiert sind zum Teil. Und das ist ja halt, ja, sie eignen sich nicht so zum Verblenden, sondern die nehmt ihr mit einem festgebundenen Pinsel auf und platziert sie aufs Lid. Und damit hat das wirklich toll geklappt. Ich hatte den, glaube ich, im Innenwinkel. Das sah echt bombastisch aus. Also den Look mochte ich sehr, sehr gerne, muss ich ehrlich sagen. Es ist eine schöne Palette. Benutze ich sie jetzt tagtäglich? Nein. Aber trotzdem bin ich froh, dass ich sie in der Sammlung habe, weil ich sie einfach sehr schön finde. Ja. Platz 4, bevor wir zur Siegerehrung übergehen, ist die New Nude Palette. Ihr seid jetzt bestimmt verwundert, weil das von vielen Leuten so im Internet die Lieblingspalette ist. Aber nein, es gibt von mir noch drei andere Huda Beauty Paletten, die ich lieber mag, weshalb die auf Platz 4 gelandet ist. Das war eine sehr, sehr schöne Qualität. Ich benutze sie auch sehr gerne. Was mich hier nur stört, sind zum einen die gepressten Glitzer. I'm not a fan. Und der Concealer Shade, weil den benutze ich einfach nicht. Weshalb die nur auf Platz 4 gelandet ist, weil halt die gepressten Glitzer und der Concealer für mich durch andere Shades gerne ersetzt hätten werden können. War das jetzt noch ein deutscher Satz? I don't know. Ich finde sie aber vom Farbschema her sehr, sehr schön. Ich liebe auch die Looks, die ich damit schminke. Trotzdem gibt es für mich noch vom Farbschema her bessere Huda Beauty Paletten. Und nun die letzte Siegerehrung für dieses Video. Platz 3, die Smoky Obsessions. Auch mit einer der ersten Huda Beauty Paletten von mir. Und ich finde sie einfach wunderschön. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles braunes Farbspektrum. Ich liebe die Palette. Hatte die auch schon oft mit dabei, wenn ich irgendwo unterwegs war. Weil ihr halt einen Shade für die Crease habt. Ihr habt einen mittleren Shade, was zum Abdunkeln und einen Schwarz, was ich jetzt nicht unbedingt brauche. Aber nice to have. Und dann habt ihr halt ganz tolle Schimmertöne. Ihr habt einen Silber, ihr habt einen Gold, ihr habt so ein bisschen Taube und einen Mittelbraun und einen Copper. Also ja, ist für mich einfach eine ganz, ganz tolle Palette. Ich liebe die. Ich könnte mir die auch nicht aus meiner Sammlung wegdenken, weil ich die Looks, die ich damit schminke, einfach immer mochte. Also ja, verdienter Platz 3. Platz 2 geht an die Nude Light Palette. Auch die finde ich wirklich wunder, wunderschön. Ist halt so ein bisschen helleres Farbschema. Was mich aber an der Palette extrem anlacht, sind der Lila und der Rosaton so ein bisschen. Hier die zwei. Ja, ist halt einfach eine tolle Palette, finde ich. Ich mag die Qualität und mir gefällt das Farbschema einfach. Also die Looks, die man damit halt zaubern kann, sind wirklich wunderschön. Und Platz 1. Wohlverdient und ich liebe, 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 liebe diese Palette. Die Rose Quartz Palette. Das ist die neueste Huda Beauty Palette in meiner Sammlung. Allein das Packaging raubt mir den Atem. Ich finde es wunderschön. Und wenn man sie von innen sieht, Leute, ganz ehrlich, wie wunderschön kann eine Palette bitte sein. Der einzige Shade, der mich hier ein bisschen stört, ist der hier in der Mitte. Das ist wieder so ein Durchsichtiger mit irgendwelchen Pigmenten hier drinnen. Die Shades verstehe ich halt einfach nicht. Keine Ahnung. Ich finde, wenn ich da jetzt reingehe, ist das wie so ein Eyegloss. Das verstehe ich einfach nicht. Das gefällt mir auch auf dem Auge nicht. Ansonsten ist es eine sehr, sehr spannende Palette, weil zum Teil die Shades, ihr seht das hier, je nachdem, wie das Licht zum Beispiel hier drauf fällt, wirkt der anders. Und ich liebe diese Palette. Es ist eine wunderschöne Palette. Wenn ich sie öffne, dann hüft mein Herz höher. Ich freue mich drauf, Lux mit ihr zu schminken. Ja. Der verdiente erste Platz von Huda Beauty. Und das ist wirklich auch die Palette, die ich jedem weiterempfehlen kann, weil ich das Farbschema einfach bombastisch finde. Und die Qualität natürlich auch, ja, sehr, sehr schön. Lasst mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen, welches sind eure liebsten Paletten von Jeffree Star, Huda Beauty und Urban Decay. Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten hoffe ich, hat euch dieses Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich auch, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!